Nach dieser Folge wirst du wahre Quantensprünge machen beim Loslassen. Du wirst für dich verstanden haben, welche Fehler fast alle Menschen machen, wenn es ums Loslassen geht. Du wirst diese Fehler nicht mehr machen und du wirst es schaffen, komplett aus dieser Loslassenspirale auszusteigen, wo Menschen, viele Menschen oft lange drinstecken, oft jahrelang. Ich kenne das von mir. In allen möglichen Themen, Finanzen, Abnehmen, am längsten war ich beim Thema Partnerschaft. Da richtig tief drin, bevor ich da wirklich verstanden habe, wie ich wirklich da bei mir ankomme. Also ich habe da wirklich die Erfahrung selber gemacht. Ich war ein sehr ungeduldiger Mensch und dachte früher, okay, lass doch einfach los, proaktives Loslassen. Das klappt aber nicht. Das klappt nur dann, wenn es vielleicht nicht ganz tief gegangen ist, aber wenn dich etwas ganz tief berührt, dann geht es oft nicht und das kennst du vielleicht. Man hat Angst vor Veränderung oder man möchte zwanghaft loslassen. Man hat Verlustangst oder man hat Schuldgefühle vielleicht auch und man möchte vielleicht an der Vergangenheit festhalten. All diese Stimmen, die sind so aktiv. Also wir steigen jetzt gleich darauf ein, was die größten Fehler sind, weil im Prinzip geht es ja nur um Fehlervermeidung, damit wir direkt ans Ziel kommen. Aber noch kurz vorweg, es finden wieder regelmäßig Online-Transformationsworkshops mit mir statt. Der erste ist schon wieder diesen Samstag, den 27.05. von 9 bis 12 Uhr. Da geht es auch direkt ums Loslassen. Da lernst du auch noch mehr Techniken, Methoden. Wir machen dort eine gemeinsame Meditation, die dich richtig in die Tiefe führt. Und es ist kostenfrei. Du findest dann auch den Link in den Shownotes in der Beschreibung. Da kannst du dann direkt teilnehmen. Also schreib sie schon mal in den Kalender auf. Das finden jetzt wieder dann regelmäßig Workshops statt, wo du mich persönlich noch besser kennenlernst und wo du mir auch deine Fragen stellen kannst. Okay. Welche Fehler werden immer wieder gemacht? Also, es gibt verschiedene Stimmen in unserem Kopf. Und jetzt gibt es natürlich die Phase, oder sagen wir mal, es gibt verschiedene Phasen des Loslassens. Es gibt die Phase des Loslassens, dass man einfach nicht loslassen möchte. Es gibt Menschen, die möchten daran festhalten. Man steckt da drin. Man ist so richtig. Man verliert sich in der Sehnsucht. Man verliert sich in den Gedanken. Diese Gedanken besitzen einen. Man ist wirklich davon überzeugt, dass es genauso richtig ist. Man möchte da nicht aussteigen. Weil allein der Gedanke daran, daraus jetzt auszusteigen, oh mein Gott, das geht überhaupt nicht. Also man ist richtig verhaftet mit dieser Stimme. Und jetzt hier schon mal ganz wichtig. Es ist okay. Weil vielleicht hörst du von vielen Menschen immer wieder, ja lass doch endlich los. Akzeptiere es doch endlich. Das sind die Aussagen, die du wahrscheinlich nicht hören möchtest. Kann ich absolut verstehen. Und weißt du, was das Problem bei diesen Aussagen ist? Bei der Akzeptanz geht es in erster Linie darum, dass du akzeptierst, dass deine Stimme ist, die einfach nicht loslassen möchte. Du aber erkennst, du bist nicht diese Stimme. Du bist übrigens keine deiner Stimmen. Auch wenn es sich so anfühlt, weil diese Stimme verleiht dir ein gewisses Gefühl, ein Selbstgefühl. Du glaubst, du bist das. Du wüsstest vielleicht gar nicht, wer bin ich denn jetzt ohne diesem Gefühl, ohne diese Sehnsucht. Da kenne ich mich ja gar nicht. Aber es ist okay. Hier beginnt die Akzeptanz. Es darf so sein. Okay, dass du diese Stimmen akzeptierst, die dürfen da sein. Weil viele Menschen, da war ich ja genauso drin und deshalb hat der Prozess lange gedauert und du kannst ihn total abkürzen, wenn du diesen Fehler schon vermeidest. Man wechselt dann von nicht loslassen wollen hin zum zwanghaften loslassen wollen. So, ja, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Es kotzt mich an. Ich will jetzt nicht mehr. Ich muss diese Situation loslassen. Ich muss diesen Menschen loslassen. Es geht nicht mehr. Man möchte so eine mentale Mauer aufbauen. Denkt so, ja, jetzt, jetzt mache ich das. Es wird ein Ziel, eine Errungenschaft daraus gemacht. Man lehnt die eigenen Sehnsuchtsgedanken ab. Man drückt sie weg. Und ohne es zu merken, ist man im Krieg mit sich selbst. Okay, vielleicht bist du da ja gerade drin. Wenn das gerade so sein sollte, dann ist auch das okay. Auch diese Stimme bist nicht du. Auch wenn es sich so anfühlt. Es ist in Ordnung. Es darf da sein. Aber nimm wahr, dass du damit identifiziert bist gerade. Und es ist völlig in Ordnung. Weil wenn wir das nicht erkennen, dann springen wir von der einen Stimme zur nächsten. Wir sind wieder im zwanghaften Loslassen wollen. Dann wieder im Nicht-Loslassen wollen. Und dann geht es oft noch zur nächsten Stimme. Zur Heuchlerstimme. Die sich einredet, loslassen zu wollen. Aber in Wirklichkeit will man es doch nicht. Man möchte sich so irgendwie die Welt zurechtrücken. Denn um sich ein gutes Gefühl zu geben, aber in Wirklichkeit passiert nichts. Und hier ist auch wichtig, auch diese Stimme darf da sein. Weil hier belügen sich viele Menschen selbst. Und nach außen hin lügen sie dann auch, weil sie schämen sich vielleicht. Man denkt sich so, ah, jetzt bin ich schon so lange in dieser Situation. Das kann ich doch niemandem mehr erzählen. Was denken die über mich? Keiner versteht mich. Keiner versteht meine Situation. Das Ding ist, oder die Herausforderung, man zieht dann oft Menschen ins Leben, die in der gleichen Situation sind, die dich total verstehen, aber man zieht sich in Wirklichkeit gegenseitig runter. Weil man möchte Zugehörigkeit, man möchte verstanden werden. Okay? Dann findet man Menschen, die sind schon dort. Dann gibt es aber Menschen, die verstehen die Situation nicht. Und von denen wird man quasi nicht angenommen. Oder sie verstehen sich. Können sie nicht verstehen, weil sie vielleicht deine Situation nicht kennen. Und jetzt, jetzt hörst du diese Folge. Glaub mir, ich verstehe richtig was vom Loslassen, weil gerade beim Thema Partnerschaft, da hat es mal wirklich Jahre gedauert, bei einer speziellen Frau die loslassen zu können. Obwohl ich alles probiert hatte. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Warum kann ich diese Frau nicht loslassen? Das hat mich frustriert. Also, das war meine wahre Meisterschaft, um wirklich bei mir anzukommen. Dafür bin ich heute extrem dankbar. Also, was ist jetzt die Lösung? Was kannst du machen, um komplett und vollständig loszulassen? Erkenne, dass all diese Stimmen nicht du bist. Also, nimm mal all diese Stimmen in dir wahr, die so da sind. Und erkenne, du bist nicht diese Stimmen. Aber es ist okay, wenn sie da sind. Und selbst, wenn du gerade total mit ihnen identifiziert bist. Du bist nicht diese Stimme. Du bist nicht die Stimme, die nicht loslassen will. Du bist nicht die Stimme, die zwanghaft loslassen will. Aber sie dürfen da sein. Und jetzt beginnst du mal so richtig aufzugeben. Du hörst jetzt diesen Krieg auf gegen deine eigenen Gedanken, gegen deine Gefühle. So, und jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen gefinkelt. Ja, weil man könnte jetzt wieder da reinrutschen und sich darin verlieren. Sich darin verlieren würde wieder heißen, die Gedanken besitzen dich. Und du bist davon überzeugt, dass das alles jetzt so kommen muss, diese Situation. Oder dass es jetzt so seine Richtigkeit hat, damit identifiziert zu sein. Nein, es geht darum, in die volle Akzeptanz zu gehen, aufzugeben gegen deine Gedanken und zu sagen, okay, ich habe jetzt so lange Krieg gegen sie geführt. Ich gebe jetzt auf. Die Gedanken sind da, die Gefühle sind da, die Sehnsucht ist da. Es ist jetzt einfach, wie es ist. Ich fühle es jetzt im gegenwärtigen Moment. Ich weiß, ich bin nicht diese Emotionen, ich bin nicht diese Gedanken. Aber sie sind jetzt da. Okay. Was soll's? Ich gebe jetzt auf. Und da kannst du auch mal wirklich so ein bisschen, da darfst du auch so ein Seufzer loslassen. So ein, es darf auch so ein kurzes Gefühl von, es kotzt mich an, da sein. Es darf da sein. Verlier dich nicht darin. Lebe es wahrhaftig. Erkenne auch dieses Gefühl, darf da sein. Das ist so wichtig. Jedes Gefühl, jede Emotion darf da sein, aber verliere dich nicht darin. Durchlebe es, aber durchleide es nicht. Es zu durchleiden heißt, man steigt in weiteres Storytelling ein. Und das Storytelling macht natürlich, bildet ein weiteres Gedankengeflecht. Ein Fundament, worauf sich die weiteren Gefühle aufbauen können. Darum geht es. Die Emotionen, die Gefühle von der Geschichte nach und nach zu extrahieren und nur noch diese wahrzunehmen und zu fühlen, das darf jetzt alles da sein. Das hat alles seine Richtigkeit. Genauso, wenn du auch merkst, da sind jetzt wieder Gedanken, die wollen zwanghaft loslassen. Die sagen, ja, ich schaffe das jetzt. Oder die Gedanken, die sich einreden. Ah, ich habe schon losgelassen. Oh ja, das kenne ich zu gut. Man redet sich oft ein. Ja, ich glaube, ich habe jetzt wirklich losgelassen. Bis wieder eine Situation kommt. Und man merkt, oh, Enttäuschung. Das Ende der Täuschung. Man merkt so richtig, okay, ich habe doch nicht losgelassen scheinbar. Und dann ist man wieder so ein bisschen angepisst auf sich selbst. Auch das darf da sein. Du bist ja nichts davon. Erkenne dieses Spiel. Erkenne diesen Wahnsinn deines Verstandes, deines Egos. Wie es dich immer wieder austrickst. Wie es Erwartungen an dich hegt. Und wie du glaubst, du bist diese Erwartungen an dich selbst. Und wenn du dann einfach sagst, okay, wow. All diese Stimmen, diese Emotionen, diese Erwartungen, die dürfen alle da sein. Du beginnst jetzt so richtig, 100% echt und authentisch zu sein. Weil du weißt ja, hey, ich bin nicht diese Emotionen. Aber sie dürfen da sein. Und das ist so wichtig. Also, es geht um die vollständige Akzeptanz deiner eigenen Gedanken, Emotionen und Gefühle. Nehmen wir einfach mal ein konkretes Beispiel, damit du da noch ein besseres Gefühl dafür bekommst. Bei mir war es damals so, speziell bei einer Frau, wo ich einfach nicht loslassen konnte. Also ich, mein Verstand, der wollte unbedingt loslassen. Also die erste Phase war die, ich wollte gar nicht loslassen. Also diese eine Stimme war sehr aktiv. Nein, ich will das nicht loslassen, das war so schön, das war so wunderbar. Das darf jetzt nicht zu Ende sein. Okay. Da war diese Stimme aktiv. Mit der war ich lange identifiziert. Bis ich erkannt habe, okay. Mein Leben ist jetzt insgesamt nur noch scheiße, weil ich nur noch in diesen Gedanken verloren bin. Dann war ich angepisst auf mich selbst. Dann dachte ich, hm, dann bin ich gewechselt in dieses zwanghafte Loslassenwollen, weil mich hat die Situation einfach angekotzt. Ich dachte, hm, dann wechsle ich jetzt einfach ins zwanghafte Loslassenwollen. Das hat ja früher auch immer geklappt, ja, bei vielen Dingen. Okay, dann wechsle ich da hinein. Interessanterweise hat es nicht funktioniert. Dann beginnt so richtig diese Frustration auf sich selbst. Und hier ist schon der erste Schritt wieder, auch das zu akzeptieren. Da kommt diese Frustration über sich selbst. Warum kann ich das nicht? Auch diese Stimme darf da sein. Auch die bist nicht du. Nimm sie wahr. Fühle sie. Das habe ich damals alles nicht gemacht. Das waren all diese Fehler. Deshalb hat es ja auch lang gedauert, weil ich von einem Extrem ins nächste gewechselt bin. Aber das ist schon mal der wichtige nächste Schritt. Okay. Ich war frustriert über mich selbst. Dann bin ich wieder gewechselt und dachte, nein, vielleicht soll es ja wirklich so sein. Vielleicht, das muss ja passen. Wenn ich nicht loslassen kann, dann muss es ja irgendwie zusammengehören. Wir müssten ja irgendwie wieder zusammenfinden. Ja, aber dann wurde ich auch da wieder enttäuscht, ja, weil wieder Situation kam, die genau das Gegenteil gezeigt haben. Gut, dann wechselt man wieder. Und man wechselt hin und her, hin und her. Dann ergeben sich immer wieder Situationen, wo man sich darauf einlässt, was auch total wichtig war, weil diese Situationen viel gespiegelt haben über mich selbst. Aber was hat mich dann so wirklich da rausgebracht? Natürlich diese Akzeptanz. Also dieses Spiel mit dem Hin und Her und da mal wirklich so einen Scheuklappenmodus aufzusetzen und wirklich mit mentaler Willenskraft, was ein Jahr lang was komplett anderes durchziehen. Habe ich alles hinter mir, um nach dem einen Jahr drauf zu kommen, verdammt, ich habe tatsächlich noch immer nicht losgelassen. Und was passiert dann? Dann wurde die Frustration noch größer. Und natürlich habe ich nicht erkannt, dass die Frustrationsstimme auch nicht ich bin. Ich dachte immer, ich bin meine Emotionen. Okay, also ich hätte da schon einiges anders machen können, aber dennoch, es ist okay, wie es ist. Es hat ein bisschen gedauert. Ich war vielleicht erst später offen oder zugänglich für gewisse Informationen. Und dann konnte ich es erst so richtig für mich annehmen und akzeptieren. Und wenn man das alles richtig macht, und ich habe dann einfach mal Folgendes gemacht, weil ich konnte mich selber nicht mehr ertragen in diesen ganzen Spiralen, diesem Hamsterrad und ich hatte mich ja auch viel von mir selbst abgelenkt. Das machen ja auch viele. Ich habe mir dann einfach mal wirklich Zeit für mich selbst genommen. Ich habe mir Zeit für mich genommen, all diese Sachen zu durchfühlen, diese inneren Kriege wahrzunehmen. Und wenn du mal wirklich beginnst, dich mehr und mehr wahrzunehmen, dann merkst du, wow, wie viele Stimmen da sind, wie viele Kriege da aktiv sind, vor denen man flüchtet, weil man hat ja heute unendlich viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Und dieser Luxus ist auch so ein bisschen unser Verhängnis, ja, mit dem Ablenken. Aber klar, wenn man plötzlich beginnt, sich selber zu spüren, wahrzunehmen und nicht weiß, wie man damit umgeht, dann ist ja logisch, dass man davor flüchten möchte. Aber wenn du jetzt weißt, hey, es darf alles da sein, du bist es nicht, aber es wahrhaftig zu durchfühlen, ohne es zu durchleiden. Schau, ein zweijähriges Kind, das weint, das leidet nicht. Ein zweijähriges Kind, das herumschreit, weil es wütend ist, es leidet nicht. Wir erwachsene Menschen, wir leiden, weil so viele Stimmen aktiv sind, die sich dagegen wehren, weil wir tausende Male gehört haben, hör auf zu weinen, es ist doch alles gut, sei nicht wütend, benimm dich, lauter so Dinge. Und deshalb fühlen wir uns automatisch schlecht, wenn mal irgendwas hochkommt. Bei mir war es dann so, was wirklich mein größter Durchbruch war und übrigens auch bei den meisten unserer Teilnehmer von all unseren Programmen und Workshops, ich habe ganz spontan und intuitiv, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich war so frustriert, ich habe gesagt, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr. Und das ist ja dieses wahrhaftige Aufgeben. Ich habe mich einfach hingelegt für viele, viele Stunden und habe das einfach gefühlt dann in mir, diese Leere, diese Frustration, alles. Also es hatte sich angefühlt, als würde eine komplette Welt in mir zusammenbrechen, mit dieser ganzen Frustration und Enttäuschung. Und ich habe keinen Versuch mehr unternommen, irgendwas anderes zu machen. Ich dachte mir, nein, ich gebe jetzt auf, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Aber ich habe kein weiteres Storytelling mehr gemacht. Nein, ich habe es einfach durchfühlt. Viele Stunden. Und dann, irgendwann nach mehreren Stunden, kam ein ganz spezieller Moment. Es war, als wäre ich in irgendeinem Portal in mir selbst hineingefallen und auf einmal war ich in einem tiefen inneren Frieden. Und ich dachte mir, wie gibt es denn das jetzt? Ich hatte doch gerade noch vor einer Stunde die Sehnsucht zu sterben fast und jetzt auf einmal ist alles in Ordnung. Auf einmal habe ich eine grundlose Glückseligkeit in mir. Auf einmal ist alles gut. Ich dachte mir, wow, das ist ja merkwürdig. Aber ich habe es genossen. Ich bin dann weiter bei mir geblieben, in mir. Und das war so wirklich ein Beginn für mich, aus mir auszusteigen, komplett aus mir auszusteigen. Da habe ich dann verstanden, wow, jetzt kapiere ich es endlich. Jetzt weiß ich endlich, wie das funktioniert und wie das gemeint ist, sich selber anzunehmen, zu akzeptieren. Es bedeutet auch nichts anderes, einfach mal komplett aufzugeben. Und alles anzunehmen, alle Gedanken, alle Gefühle, alle Empfindungen, alles, was jetzt in diesem Moment da ist, einfach auszuhalten. Ich verwende jetzt ganz absichtlich diesen Begriff auszuhalten, weil für das Ego ist es genauso. Das denkt sich so, wow, muss ich das jetzt wirklich aushalten? Ja, mach das mal. Mach das mal, halte das alles aus, spür das mal wirklich für ein paar Stunden. Du wirst wahre Wunder erleben. Natürlich helfen auch tiefgreifende Meditationen und Rituale, die wir auch gemeinsam durchführen, zum Beispiel auf unseren Transformationsworkshops. Hier lade ich dich nochmal herzlich dazu ein. Die finden jetzt wieder regelmäßig statt. Am besten trägst du dich in unsere E-Mail-Liste ein. Du findest den Link zur kostenfreien Bewusstseinsbox in der Beschreibung, in den Shownotes. Wenn du dich da einträgst, dann hast du da schon mal Zugriff auf einige Anleitungen, die dich weiterbringen. Und du bist in unserer E-Mail-Liste. Das bedeutet, du bekommst da immer regelmäßige Updates. Auch den Telegram-Kanal findest du von mir in der Beschreibung. Und auch da posten wir immer wieder, wann unsere Workshops stattfinden. Und auch da wirst du für dich noch mehr Erkenntnisse erlangen, noch mehr Transformationen erleben. Ich freue mich schon darauf, wenn du mir dann auch dort deine Fragen stellst, die ich dir beantworten darf. Und damit du da für dich so richtig gut weiterkommst. Damit du wahrhaftig loslassen kannst, mit dir im Frieden bist, bei dir ankommst. Und dann wirklich auch alles, was zu dir gehört, so richtig in dein Leben kommt. Hey, das war's zu dieser Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir alles, alles Liebe.